So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das fetteste Unboxing für dieses Silvester auf meinem Kanal. Zwei riesengroße und ein kleines Paket von pyroland.de. 28 Kilo, ihr auch locker 20 Kilo, die sind größer als ich gefühlt. Und freut euch auf fette Batterien, Neuheiten und einfach nur geile Sachen aus Pyroland. Bis gleich nach dem Intro, Freunde. Let's go! Als erstes, Freunde, haben wir hier eine Strobo Boom VE. Und die ist tatsächlich auch drin. Und wir wissen ganz genau, was uns da erwartet, wenn es um VEs geht. Zumindest, wenn es um viel Blitzknallsatz geht. Es steht auch schon drauf für die, die lesen können. Ich kann das nicht, ich habe das verlernt an Silvester. Zumindest in den Einkaufstagen, weil, ne, so viel Feuerwerk schadet dem Gehören. Ja, und das ist nachgewiesen. Und zwar ein Stahlkäfig. Und den werde ich für euch entfernen. Und dann gucken wir uns mal hier diese Schmuckstücke an. Und, ähm, wie gestalte ich jetzt am besten und coolsten diesen Übergang? Äh, ähm, äh, da ist sie aufgepackt. Alles klar, ausgepackt. Das war die letzte VE, die ich in diesem Jahr geöffnet habe. Und, äh, die ging zum Glück leichter, wie, ähm, die Crazer zu öffnen. Wer es noch nicht gesehen hat, wo die geöffnet wurde. Und vor allem, wenn ihr Bock auf Unboxings habt. Meinerseits hier oben war das Unboxing dazu. Und jetzt nicht rumschnacken. Okay, es ist kein Pyromult, Lennart. Wir haben nämlich gerade noch gerätselt, ob die Pyromult ist. Weil, ich finde, das würde dieser Batterie ein bisschen besser stehen. Dennoch, fett. Hier, die Thunder Kong Strobo Boom. Also aus der Thunder Kong Reihe. Serie von Leslie. Richtig geil. Salud mit, äh, Blink-Effekt im Aufstieg. Richtig, richtig fett. Das Ganze dreimal. Hat auch dementsprechend viel gekostet. Und weiter geht's mit dem nächsten Paket. Zweites Paket. Äh, ich verliere, ja. Ich wollte mal ein paar Worte noch zu Pyroland verlieren. Äh, ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der Pyroland-Besteller. Ähm, ich bestelle ja eigentlich gern bei Tosh Pyro. Und, ähm, wegen Tosh Pyro habe ich das mal bei Pyroland bestellt. Weil, es wurde ja dann noch kurz vor Schluss, äh, die ganzen Bestellungen abgesagt. Was unfassbar traurig ist, klar. Ähm, was aber nicht heißen soll, jetzt irgendwie, äh, dass ich Pyroland schlechtreden möchte. Weil, uh, jetzt, äh, nee, nee, ist schon richtig, Pyroland. Äh, nicht schlechtreden möchte. Das soll auf keinen Fall so rüberkommen, als hätte ich keinen Bock auf den Job. Ich erfülle mir gerade, ähm, mit der Möglichkeit, leider, dass Tosh nicht liefern konnte. Gerade ein riesen, ein riesen Traum. Weil ich, äh, kleiner, naiver Dennis Pyro, wollte schon immer mal die Pyroland-Neuheiten selber unters Auge nehmen. Und diese geilen Pyroland-Batterien. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, und das, äh, teile ich natürlich mit euch, Leute. Weil, ja, ich sag mal so, ihr seid, äh, alles. Sehr viel, zumindest. So, richtig viel Luftpolster, Lennart, du kannst ja mal hier rausziehen. Ein bisschen mit in deine Richtung. Oh, und ich sehe die... Doppelknall. Oh, ich habe doch Doppelknall bestellt, Lennart. Anscheinend. Und ich sehe die Kisten mit Schätzen vollgepackt. Oh, mein Gott, wie geil das aussieht. Warte, Pyroland, ihr wollt mir jetzt erzählen, dass in dem anderen Paket alle Batterien... Egal. Wir fangen an. Süß! Die Explore Missile, zehnmal bestellt. Ich meine, Leute, ein Euro. Ein Euro. Also eins, zweimal. Dreimal sehe ich sie hier. Wir machen mal weiter. Die Red Ten, ein Klassiker von Pyroland, den sie anbieten. Haben sie ihr Label hier drauf? Ich weiß es gar nicht. Nein. Ist aber auf jeden Fall von Lessie produziert. Richtig schön, auch etliche Male bestellt. Dann hier. Leute, ich muss jetzt mal erwähnen. Ich habe das zwei Tage vor Weihnachten bestellt. Es ist also nicht lange her. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich die bestellt habe. Perfekt. Gedächtnis und fliegt. Ähm, Doppelknall. Auf jeden Fall. Die... Oh, das sind komische Tütschen auf jeden Fall. Zweimal. Dreimal. Alter, doch so viel. Holy shit, Leonard. Viermal. Und euch lächelt schon an hier oben. Fünfmal die Doppelknall. Alter, was soll ich damit machen? Scheiße. Ähm, oh, ich sehe schon schöne Artikel. Okay, nicht rumquatschen, weitermachen. Hier. Kubis. Donnerschlag von Explode. Ich bin eigentlich gar nicht der Typ. Aber, äh, wie gesagt, ich hatte ein Riesenbudget, da Tosch mir alles abgesagt hat. Da habe ich einfach mal in den Warenkorb geschmissen, ohne zu überlegen. Hier zweimal. Da hinten noch einmal. Oh, war es doch so viel? Ach du Scheiße, Mann, was übertreibe ich denn? Viermal. Oh, scheiße. Fünfmal. Oh Gott. Ähm, ja. Machen wir gleich mit Kubis weiter. Exklusive Neuheit von Pyroland. Die Detonation. Ich muss hier dabei erwähnen, die sind für meine Freundin. Jetzt, ich meine Freundin, wollte meine Freundin, dann habe ich gesagt, jo. Ähm, natürlich habe ich auch welche bestellt, aber die zwei, die in dieser Pyroland-Bestellung vorkommen, die sind auf jeden Fall nicht für mich. Ähm, der Lennart sieht vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr als ich gerade. Oh, oh, oh. Und damit machen wir auch weiter. Huch. Huch. Das ist die Pounding Napalm von Geicher. Ähm, wurde eigentlich bestellt bei Feuerwerk Shop. Wurde mir dann aber abgesagt, weil wegen unterschiedlichen Chargen. Jetzt habe ich sie doch und ich bin mehr als glücklich, dass ich die besitzen darf. Eine unfassbar fette Heuler-Batterie, die in Salven schießt. Zu Zerlegung. Galaxy 6 auch bestellt. Natürlich Standard. Was haben wir hier? Irgendein Plastikteil. Ähm, Standard in jeder Bestellung sind ja die Panda Defender. Ich bestimmt auch ein bisschen mehr. Ich sehe es nur gerade nicht. Ähm, ja. Machen wir mal an diesen Haufen Moskitos weiter. Hier sind insgesamt 15 Mal die Moskitos drin. Das ist einfach nur geisteskrank, wie man da eskaliert ist. Ähm, ja. Ja, Moonshiners habe ich mir auch mal bestellt. Obwohl ich die gar nicht mag. Aber ich hatte sehr viel Budget, ihr wisst. Ähm, also hier auch die Moonshiners von Leslie. Dieses Jahr mal in meinem Sortiment. Mal gucken, wie die so abschneiden. Machen wir hier gleich weiter. Aha, okay. Okay, die Crispers von Explode. Äh, auch richtig günstig und einen richtig guten Effekt. Ähm, kann man auf jeden Fall echt hoch loben. Schon mal jetzt so am Rande. Ähm, ja, das weiß ich noch. Stimmt. Auch natürlich Feier-Event vertreten in meiner Bestellung. Zweimal die Silberpiraten. Äh, rote Corsare. Waren es ja schon bei Feuerbergland. Jetzt habe ich auch wieder die richtig gute Knallkörper. Super. Ähm, nochmal die... Okay, ich sehe da unten sind viel Galaxy 6. Oh Gott, Leute. Und ver... Oh, wie schön. Wie schön kann eine Verpackung sein. Einhorn-Glitzer. Von Pyroland. Eben blau, gold. Ähm, ja. Warte mal hier einmal. Oh, wie schön. Ey, Leonard. Statement. Ja, die Verpackungen sehen schon geil aus. Wir gucken jetzt auch mal rein. Wir lassen uns das ja nicht nehmen. Das sind... Oh, boah. Boah, das ist so krass wie eine Farbe, ey. Da. Das sind ja im Grunde die Supercolor Fountains. Nur in Einzelfarben. Also hier blau zu goldener Verwandlung. Richtig fett. Kostet auch was. Aber ist unfassbar fett. Ich sag's euch. Leute, richtig geil. Ähm, da kommen auch Videos. Ähm, hier. Das interessiert mich. Oh. Oh. Egal. Ist egal. Ist egal. Red Meteor. Von Jorge. Ich hab mich schon gewundert. Was glänzt denn da so? Der Standfuß ist ein bisschen demoliert. Äh, einmal für mich und einmal für den Leonard. Der Leonard kriegt natürlich die ganze. Falls die ganz ist und die ist nicht ganz. Ah! Nein, das fixen wir schon. Das ist ja nur ein Standfuß. Also die kann man auch einbauen. Richtig geile Goldbatterie. Von Jorge. Ähm. Machen wir hier mal weiter und beräumen mal ein bisschen das Schlachtfeld. Ähm. Von den Missile. Warum? Warum? Jetzt im Nachhinein überlege ich mir so, warum. So. Egal. Nochmal die Red Ten. Auch über fünfmal oder so geordert. Ähm. Hier sag ich nichts zu. Blitzerfeuer von Pyroland in Gold. Ähm. Das sind diese, äh, Eisfontänen. Allerdings mit Gold richtig unfassbar schön. Richtig unfassbar schön. Dennis. Props. Machen wir auch mal auf. Gucken wir mal rein. Oh. Boah. Es glitzert und funkelt. Richtig schön. Geil. Pyroland. Ihr macht einen guten Job, würde ich mal so sagen. Ähm. Ja. Ähm. Missile. Auch den Creepers. Muss man jetzt mal sagen, habe ich noch eine Chance gegeben. Habe ich mir auch bestellt. Obwohl mir hier beide, glaube ich, sogar nicht so mögen. Nee. Nicht so, ne? Weil die ja so mit Crackling neuerdings waren. So. Hier kommen wieder Erinnerungen an letztes Silvester hoch. Der Explode Gold Vulkan. Und natürlich auch in der Variation Silber. Jeweils zweimal. Äh. Wenn ihr sehen würdet, wie ich zu... Sorry fürs Mikrofon schlagen. Wenn ihr sehen würdet, wie ich zu gemüllt bin. Ey. Ich kann mich kaum noch bewegen. Zu viel Feuerwerk. Was ist denn hier? Im Missile und Mundschandels. Dann. Hier hinten in der Ecke. Das seht ihr gerade nicht. Noch dreimal Galaxy 6. Leck, leck. Das ist, Leute. Das ist geisteskrank. Noch zweimal die Crispers. Hier. So. Dann haben wir hier auch was Schönes. Und zwar die Elfenfeuer. Auch wieder self-made von Pyroland. So. Die machen wir auch mal auf. Hinter der Kamera natürlich. So gehört sich das. Zack. Boah. In Purpur. Lila. Das waren, glaube ich, auch so kleine... Zwölffarbige Lichterlanzen. Für zauberhafte Feuerbilder. Also auch so wie die Blackbonks... Blackbonks... Blackbox, ähm... Dingslichter. Dann. Die Einhorn-Glitzer wurden auch in rot geordert. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Und das Paket ist fast leer. Außer hier die Creepers. Und die zerbrochenen Standfüße. Junge. Natürlich auch noch zweimal Bombenrohre von Explode. Sind nicht die Bigshots. Aber dennoch sehr gute... Alternativ-Bombenrohre zu den Explode Bigshot. Und ja. Jetzt geht es ans größte Paket. Ich habe Angst. Und bis gleich. Das letzte und fetteste Paket jetzt. Jetzt wurde sich gerade überhaupt erstmal Club Marte gegönnt. Und jetzt auch wieder, weil... Boah. Leute, Leute. Hm. 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 Wir haben ja so fast erst gerade von der Arbeit mit. Ähm. Da darf mir das mal genehmigt sein. Okay. Das klappt sogar schon. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh. Leute. Das wird jetzt ein bisschen Pyro-Porno. Das wisst ihr jetzt schon. Also wenn ihr jetzt nicht irgendwie... Merkt das? Ja. Warte. Wenn ihr jetzt nicht, ähm, an einem Herzinfarkt voll Geilheit stören wollt, dann empfehle ich euch jetzt abzuschalten. Für die, die da anbleiben. Let's go! Ah. Das... Hätte man das in der Kamera gesehen, das wäre lustig geworden. Mann! Nehmt das mal! So. Gucken wir mal schnell hier. Was das Schönes ist. Das Dankeschön von Pyroland natürlich. Wunderkerzen. Von Pyroland. Ähm. Hier was für meine Aufkleber-Ecke. Richtig geil. Pyroland-Sticker hab ich selbst noch nicht. Jeder hat ja Gü, ne? Ähm. Danke für dein Vertrauen in Pyroland. Ich habe mit unseren Produkten all unsere Erfahrungen und meine besten Größe an dich ins Paket gepackt. Ich hoffe, deine... Oh, voll... Ähm. Ähm. Ja. Ich bin schon mal voll zufrieden. Deshalb ein Danke zurück, Pyroland. Und hier. Geil. Ich bin ja so ein bisschen... Wir schenken dir deinen Einkauf. Na dann, äh. Gib mir meine 570 Euro zurück. Ja! 15 Mal dein Silvesterfeuerwerk gewinnen. Schön. Als Drucker muss ich natürlich wieder hochloben. Wie das geht? Okay. Ja, Leute. Ich hör auf. Äh. Weg damit. Oh. Pervers. Pervers. Oh. 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 Gott. Okay. Oh. 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 Wie groß ist die denn? Junge. Egal. Top Speed von Explore. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gab es schon mal einen Test davon? Und ich meine, die ich schon mal gesehen habe. Aber war das genau dasselbe Sortiment? Die haben BKS. Egal. Dies wird dennoch getestet für euch. Und da könnt ihr mir vertrauen. Ähm. Ja. Gut. Hm. So. Als nächstes gibt es hier, da bin ich jetzt schon leicht enttäuscht, weil ich nicht das in dem Sortiment sehe, was ich sehen wollte. Und zwar Bombenrohre, die da so abgebildet waren. Das Mega-Pack von Explode. Trotzdem geile Raketen. Vögel. Im Mikrofon richten. Ähm. Fette Würste hier. Zweimal die Vulkane. Magic Whip und Cracking Ball. Also wie ich finde, eine fette Mischung. So Leute, und jetzt wird's krank. Jetzt wird's einfach nur absolut geisteskrank. So kennt ihr mich ja. Und ähm. So mag ich euch auch, wie ihr mich kennt. Und ähm. Hier. Jetzt ist dieser Moment, wo ich zum ersten Mal eine Pyroland-Batterie in der Hand halten werde. Und es fühlt sich gut an, Leute. Wir fangen gleich an mit der Black Pain. Eine Neuheit für 2017, meine ich. Ähm. Hat mir sehr gemundet. Sehr, sehr gut gemundet. Ist ein richtig geiler Effekt. Ähm. Gold Palm. Mit, äh. Purpur oder blauen Stern, meinte ich zumindest. Was steht hier? Ähm. Blinkern dazwischen. Farbzeichen. Crackling Triple. Ja. Scheint auf jeden Fall hinzuhauen. Ich weiß ja noch, wie sie aussieht. Äh. So geil. Ähm. Ja. Dann ist hier was. Fragt euch nicht warum. Ähm. Ich sag, ich geb euch eine Antwort warum. Ähm. Nostalgie Faktor. Die hatte ich zuletzt 2014. Und jetzt hab ich wieder Bock. Und ähm. Boah Leute. Wirklich. Ich freu mich richtig. Obwohl die schon ewig auf dem Markt ist. Red 10. Red 10. Red 10. Und zwar noch 3 mal. Also insgesamt 5 mal bestellt. Das ist absolut krank. Ich werd hier zugemüllt von. Von. Mal zu mal. Oh. Was bist denn du? Oh ja. Die Top Vril von Veko. Dieses Jahr ist auf jeden Fall sehr Veko lastig. Das kann ich euch schon mal sagen. Ja. Das seht ihr auch. Das habt ihr auch in der Einkaufsdur gesehen. Veko hat dieses Jahr einfach zugelegt. Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist richtig krank. Wirklich. Veko hat echt dieses Jahr. Verdammt. Verdammt. Nochmal gute Arbeit geleistet. Das hab ich auch schon beim Vorschießen gesehen. Und deswegen viel zu viel Veko. Leicht kaputt. Aber. Scheißegal. Das war ein Essenfeuer. Primacy Effect. Kennt ihr bestimmt auch Leute. Guckt es euch an. Hier. So sieht es ungefähr aus. Ich freu mich schon auf diese Batterie. Also eigentlich auf jede Batterie. Aber. Primacy Effect auf jeden Fall. Ähm. Ja. Jetzt gibt es noch weiter. Hier noch ein kleines Schmankel. Aber. Klein. Aber. Fein. Crossfire. Exclusive Line. Explode. Die. Crackling. Crowsett Batterie von Explode. Auch. Richtig. Richtig gut. Ähm. Lennart. Alter. Jungs. Lethal Whistle. Hab mich bei Röder das erste Mal gesehen. Und wir waren einfach nur krank schockiert über dieses Teil. Wahnsinnig geil. Und. Riesen groß. Das ist eine Pfeifbatterie. Es ist einfach nur eine Pfeifbatterie mit Bouquets. Und die ist riesengroß. Jungs. Meine Hand. Porno. Porno. Einfach nur Porno. Ähm. Teenie Tussi. Oh. Die ist so schwer. Alter. Krass. Lennart. Jetzt weiß ich was du dir totgeschleppt hast. Dein Rücken. Hier. Teenie Tussi. Die war so schwer. Abnormal gute Heuler Batterie. Ähm. Mit. Äh. Falling Leaves oben glaube ich. Oder so Schützbouquets. Boah. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig geil. Ihr merkt ich bin echt sprachlos man. So. Weiter geht's mit der Skyhawk. Oder auch der Quantum. Äh. Lennart findet die total scheiße. Aber. Ich. Äh. Fand die richtig gut. Ähm. Äh. 30 mm. Fette Rohre. Auf jeden Fall immer steigender Schuss. Also ein Schuss. Zwei Schuss. Drei Schuss. Vier Schuss. Fünf Schuss. Ähm. Immer Heuleraufstieg. Zu Crackling Wolke. Mit Heuler Zentrum. Auch richtig sehenswert. Werdet ihr alles noch sehen. Oder habt ihr vielleicht schon gesehen bei Pyro Extrem oder ein paar anderen Leuten. Ähm. Und die letzten zwei Schmanker stehen vor uns. Hallo Turbulence. Die ist kleiner als ich dachte. Wow. Ähm. Auch hier wieder ein unfassbar gutes Batteriestück von Veko. Perfekt. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr was die macht. Ach ja. Die hatte dann so eine schnelle Schussfolge von Feuertöpfen. Schön. Hier ist sie. Die Turbulence. Und. Ich hab mir einen Traum erfüllt. Auch wenn die nicht so gut sein soll. Hatet nicht Leute. Ich weiß. Ich hab viel gelesen. Ja. Aber keine Angst. Was für eine Überleitung. Ähm. Weil Angst heißt ja Fear. Und. Äh. Okay. No Fear. Von Explode. Explode. Eine. Wie ich finde. Echt lohnenswerte Batterie. Wenn man. Nass. Wenn man auf eine geile Performance steht. Ja. Ich mein. Guckt euch mal diese Fächerung an. Senkrechtschüsse. Fächer. Alles. Alles. Leute. Alles war auch. Äh. In dem Paket drin. Und jetzt ist es leer. Und. Das war meine Pyroland Bestellung. Für 500. Verdammt nochmal 70 Euro. Ähm. Für dieses Jahr. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ihr seid wahnsinnig Leute. Und. Wir zelebrieren das mit einem Abschlussknall. Hey. Ja. Und. Ähm. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ähm. Ihr werdet auf jeden Fall. Äh. Videos. Sehen. Von. Den entsprechenden Artikeln. Ich freue mich auf das Jahr 2018. Und. Ja Leute. Hau da rein. Bis zum nächsten Video. Und. Ciao. 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 Vielen Dank.